Geh aus dem Weg, du komische Pflanze! Die Plette! Was in der Homme? Klingt schon fast wie Rosette. Was ist dein Schrei? You Lucian! 36er Schüsse! You Lucian! Ihr habt versagt! Ach, Alfalfa! Ja! So sieht es aus! Aus, aus! Rausverkauf! 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 Ja! Wenn man sehen will, war mein nächstes Level Up! Ja, aber man hat keine XP-Leiste oder irgendwas, was? Du kotz mir und so. Du musst bestimmte Sachen auch füllen. Du musst auf deine Figur gucken. Wenn du sie jetzt auswählst, musst du gucken, was du da machen musst. Ja, das ist sehr schnell auf der Seite. Hab ich noch nie drauf gehabt. Ich boller ja, effe ne Blödung nicht. Also musst du Leute heilen. Ach, seltsen heilen. Hauptsache den Indu töten willst du. Die oberste Priorität. Ja, 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 ja. Der blaue Hund. Das ist doch nicht wichtig. Ich bin drüben. Ja, ja. Ich bin ein Zombie. Oh, ne. Was ist denn hier los? Ach, das ist doch kacke. So kann ich nicht Team-Changeln. Bei mir passiert da auch nicht. Ich hab sofort aufgedrückt und trotzdem war es schon vergabbt. Verscheuert, echt ohne Scheiß. Wie bitte? Was hast du jetzt gerade gesagt? Ich hab sofort aufgedrückt und trotzdem war alles vergabbt. So. Die Zuschauer. Akku kann meine vergeben. Oh. So anders. So anders lang. So anders lang. Ah geil. So alt bin ich da auch wieder nicht. So alt bin ich da auch wieder nicht. Warum? Du bist doch von mir weggerannt. Und ich bin dann einfach... Ja. Naja, du hast mich verarscht. Wenn die manchmal Buk springen. Aber springe ich wieder retour über den Buk. Haha, Samu ist mit einem Schuss noch Ding vorweg. Voll in die Fresse. In die Bohnenfresse. Ein Bohnenfresse. Drei Sonnenblumen in einer Session anlegen. Okay, haben die überhaupt irgendwelche Sonnenblumen als Gegner oder? Ja. So kacke. Nee, 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 nee. Alle? Ja The blue Ja Was denn? Immer auf die Bohnen Ich glaub er spawnt Was ist denn hier los? Boah der Crash hat mich erledigt Alter was ist denn hier los alter Du spawst alter wir schießen Du hast gleich weggelegt Boah komm ich hab noch mitgenommen Nein ich hab noch mitgenommen Nein der Reitschuh 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 Wo bist du? Mach dich Blatt Du machst den Brot Mach den Blatt Ja genau Und das Auto Die Bohnen war mindestens noch 5 Meter entfernt von mir Peter die alte Pissbohnen hier Die Pissbohnen Wie der abhaut Ey schau mal wie der abhaut Kommt auf die Knie Du Hund Du Hund Du Du Hund 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 Oh ey ey was die Kommodare dauer wird erstmal gleich weggeholt oder was aber ich hab noch einer mitgenommen der Sepp, der Depp da kämpft schon bei uns so ein Assi auf dem Dach das ist ja genauso wie ich damals, Alter, in der Map, ey wo wir damals sind? in der selben fucking Ecke, Alter, was für ein Sack, Alter damals im Krieg damals im Krieg wow, gut ich schluss gegen die Schauhefe wer ist denn das da? nee, so nett da haben wir nicht gerät so licht du ja, ich hab noch weggenommen, du Sau weiter Agro ist gestorben, jö ja, ja, komm immer von hinten ich kann so flippen, ey schickiger Mongo schickiger Mongo, okay schickiger Mongo, okay Alter, hier sind, meine Spieler sind hier Mitspieler sind AFK gammeln hier irgendwo rum, hier passiert nichts wo, 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 wo wo, wo, wo wo, 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 wo wo, 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 wo wo, 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 wo wo Er tagsüber was war das denn jetzt drecksack 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 der haut ab der geht meine grüne eier das kann doch nicht sein hier so ein dicker mensch hier die kümmerung das ist normal Super G Ne, du hast Chat-Only wahrscheinlich eingestellt Verrückter Hund Verrückter Hund find ich klasse Verrückter Hund find ich klasse Kleine Sau Hehehe Verwischt Ne, lauf um dein Leben, alter Siegbonus Yey Boah, die gibt's schon wieder drin Schissen abgeschnitten, oder? Ja Kacke 40, scheiße, nein, fuck Was, nein, fuck Fuck, alter, fuck Boah, süß Zombies, da What the fuck Aber wir waren in Orwenia, Leute What the fuck 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 Ja, whatta, whatta, whatta Watta, whatta BÄM Euro abnittlich sich alt über die Wurzeln Prozent und bei mir ist es zu tun ich kann hin gucken wie ich will auch 265 Übertragung nur bei dem Spiel war es und das war nur im deutschen Bereich endlich Kepo ohne Salat Gott sei dumm ich will die so nicht der Ecken mit Pissbohm sein hehehe wieso auf die Knie also ich hab ihn nebenbei dem Browser auf und das Spiel ist an so auf dem Handy, auf dem Handy kannst du es vergessen Leht sich tot der Chat ist da aber der Rest legt sich tot wo ist denn das Grün, sag ich da oder vielleicht liegt es ja an den Upload, weil ich eingestellt habe dass er diese Tora lädt das ist doch am Weg was machst du von Upload? weil wir können die Leute auch nicht gucken ich hab 4 wo ist denn das Gemüse? 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 also Twitch-App lädt nicht dumm und dämlich ich probiert mal mit einer anderen App ich nehme mal Vortex ob es da ist ob es da ist 4, das ist ja 1080p, das können doch kaum welche gucken ne, das, ne, bei mir ist halt der an 27p, 30 FPS oh mein ja, aber dafür hab ich dich ja, aber dafür hab ich dich ja, aber dafür hab ich dich auch mit gut und die Qualität ist gut, Blue die ist sehr gut wie gesagt, 4 MB also auf dem Telefon ist auf jeden Fall nice one so, ich tu mal hier einfach mal was reinschreiben hallo 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 Kratzt, Dich am hoden war schon am heilen alter wie er sich verhalten hat so gut gegenseitiges K.O. das sind dann die Pflanzen ja, das kann doch eine Blue sein hier Scheiß, direkt gegen die Kacke Ach, Argo ist wirklich Schade, ist er schon tot, also wie geht's Lecker, es war schneller wie du wie alt der Vogelfutter Weiß ne? Bestimmt irgendwas mit ADHS zu tun. Alter, Agro, wie scheiße bist du denn, ey? Hat das nur mit ADHS zu tun, weiß ich nicht. Der ist hart, wie sagt die? Wo? Ich spiel dich? Wenn er nicht die Kronkrei? Klar können wir die Krankheit, aber da zusammen haben wir damit. Geil? Den hab ich so ja gesagt. Mann, ey. Ja, wo geht's? Reckzack. Wo ist denn so scheiß Blumen? Oh, hier, Alter, hier heilen sich die Pflanzen alle gegenseitig, Alter. Totaler Gangbang hier, Alter. Gangbang. Gangbang, ey, total Gangbang hier, Alter. Total Gangbang. Ja, total Gangbang. Oh ja, jetzt hab ich auch gerade übel Slack. Und Gemüse. Nicht im Gemüsefight jetzt hier. Alter, guck mal ihn ja, Alter, wie er rumlägt hier. Alter, krass. Gemüsefight. Gemüsefight. Gemüsegangbang. Verdammt, ich bin so Kartoffeln wieder. Agro, ja, belebt mich wieder. Jawoll. Ich schaff es. Gib mir. Jo, Alter. Ich schaff es geschafft. 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 Leid noch wenn er. Da oben ist wieder Gangbang. Boah. Scheiße, Alter, der hat gesessen. Boah. Boah, Alter, der hat gesessen. Was tut mir gerade? Ey, aber ein Feuerwisch, Alter. Scheiße, Alter. Ich wollte hoch springen und da ist hier eine Bohnung in Pfeffermolch. Da stand da wieder. Da stehen sie im Eck, die Schweine. Oh, hau. Haben die so fies. Schweine. Schweine. Geschwollen. Schweine. Schweinepriester. Schweine. Du Schweinepriester. Boah. Ach Gott, du für eine Mine, ey. Ich krieg die Krise hier. Schickst du da auch nochmal so? Oh. Oh nein. Ich glitsche total, ich glitsche total in dem Boot gerade rum, Alter. Die stecken meine Füße, stecken, stecken in der Luft und mein Körper im Schiff drin. Alter. Das müsstest du immer gerade sehen, Alter. Das war das funny. Einen Vorteil hat es ja, dass die Kartoffeln beim Quest hochgehen. Hä? Du stehst doch neben dem Schiff. Ja, lecko mio, Alter. Ja, lecko mio, Alter. Ja, lecko mio, Alter. Ich hab ne Trophäe, Alter. Yeah, baby. Und noch ne Trophäe, Abstoßmeister, Alter. Alter. Zwei Trophäen hintereinander, Alter. Drei Mal auf Holz geklappt, Alter. Jawoll. Also bei irgendjemand, der irgendjemand, wenn Crash über laut redet, dann hört man dich wieder. Jemand, dann... Wollt ihr echt von mir? Weil ich hab mir noch Sound vom Telefon an? Nee, gut. Schreib mal jemand in den Chat, bitte. Oh. Wie wir mal gucken, ob's die ankommt. Oh, hab ich einer Schau, ist great. Okay, alles klar. Ist angekommen. Oh, guck mal, Alter, Crashy ist ganz oben, Alter. Neun Abschüsse. Geile Scheiße, lass uns mal das richtig feiern jetzt, Alter. Ich bin ganz oben, Alter. Das ist ne Ausnahme, Alter. Klickwunsch. Und vor allem mit zwei Auszeichnungen. Ja, eben, ey. Das ist ja der Überwahnsinn. Über. Ja, das war eben Crashsrunde. Mit der Akku. Tja, das war wirklich lucky. Richtig lucky. Richtig lucky. Puh. Wollt, ich will da irgendwie mal deine Bude zusammen? Alter, Akku. Das sind deine Programmierer, Alter. Was? Oh, er hat grad seinen Hohestall aufgemacht. Ne, ne. Ach, Quatsch. Quatsch, er hat einen Hohestall. Witzler. Ja, Onkel, jetzt weißt du mal, was wir so die letzten Wochen ertragen mussten. Was? Das ist ähnlich. Bei dir kommen manchmal auch total viele Geräusche, äh... Echt? Von dir rundherum. Ich darf ich. Ja, da kommen rundherum irgendwelche Geräusche, die... 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 Die misst du selber ja nicht wahr. Das ist unglaublich. Unglaublich. Total. Total unglaublich. Fertig mit der Welt. Das ist aber auch schon uralt, wa? Das ist aber auch schon uralt, wa? Das ist total ein Segel. Das ist schon angesehen. Der läuft hier, Holgel! Das ist mein Vorfall, ja? Jetzt findest du immer noch halt die Fressen. Da ist es, und es wurscht. Und es wurscht! Da ist er. So tricky. Joker. Private Joker. Alter. Du, 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 du. Ich mag auf jeden Fall, wenn ihr da diesen komischen, äh, Hussle da nimmt und nachladet, dann haut er sich immer irgendwie in den Kopf. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, dass das schon im Kopf war. Er hat gesagt, ja, ja, hat mir keiner zugehört. Hat mir keiner zugehört. Oh, bummer. Oh, bummer. Ah, komm mal hoch hier. Oh Gott. Wo kann ich hin? Oh, Tessie ist ja nun klasse. Hallo? Ja. Du wurdest vom Servo genommen, weil du abwesend warst. Na, hast du immer bewegt, oder was? Nee. Ja. Alter, was machst du denn hier? Der blockt mich hier, der Pisser. Da war der Krach im Hintergrund wieder. Alter. So eine blöde scheiß Erbsenkanone neben mir und blockt mich erstmal richtig schön in der Ecke, Alter. Das ist fies. Ja. Was für ein komischer Mensch, Alter. Das ist ein komischer Kaktus. Ja. Ne, ich war der Kaktus. Der Idiot war ja die scheiß Erbsenkanone. Mit dem. Mit dem. Oh, was denn hier? Achso. Hä? Wir sind doch noch in der Lobby drin. Wieso denn schon wieder in der Einladung? Ach, du musst dir Akko in der Einladung noch schicken, oder? Ich weiß noch, wo ich bin. Nein, ich bin beim Crash im Team. Achso. Bin wieder da. Bin jetzt froh. Ich bin jetzt froh. So hat mich schon keiner vermisst. Boah. Och. Ey, ich seh hier und wenn ich ihn sehe, bin ich geüriert. Boah, das dürfte nicht wohl. Was? Der Grieche? Ah, nein. Ich krieg's nicht mehr. Tails hängt da oben noch rum, oder? Kann das sein, Alter? Nein. Nein? Wir verarschen? Klar hängst du da oben immer noch rum. Alter, das gibt's doch gar nicht. Der kämpft die ganze Zeit da oben. Man erwischt dich auch da oben nicht. Noch nicht mal richtig mit dem Sniper. Na doch, ich hab's geschlitzt. Warte mal. Ja, ich hab quasi über 100 Leute da. Ja. Scheiß. Negros. Wie kann man sich so nennen? Negros. Ratscopter... Och, Mann. Das war gut die Stelle, Alter. was? was war das? von was bin ich denn jetzt gerade gestorben? hä? wirklich nicht nein doch Ohhhh Ah fuck it Immer in den Rücken Alter, hab ich jetzt viele weggeholt Dankeschön Denken, nicht mehr den, den können wir den Ohhhh Wie gemein Ohhhh Leute Aber irgendwie das wollte ich nicht Das war nur Absicht Das war nur Absicht Hehehe Sonst geh ich dann doch ab Ohhhh Och, Zwecke, naja Ja, klar Ja, sauchen muss Sind wir da oben, Friedhof hier oder was? Ja, du kennst was Da, du kennst was Tails ist immer noch da oben, oder? Kann nicht sein Nein Nein, da werden schon leben, ja Den, den Käpt'n die da jetzt Die ganze Reihenweise da oben, glaub ich Drei Da ist ja schon wieder einer, Alter, da oben Was? Fuck Nein, du hast nicht neben mir gehört Verfaulte Fleisch, hör Ja, dann hab ich ihn grad weggefragt, glaub ich Den haben wir eben noch So runtergeholt Ich musste da oben hin, weil, ich muss hier irgendwie Sieben so ne behinderten Zombies muss ich von der höchsten Position abknallen Den Denken die unten rumloven Mit Scheiße Mit Scheiße umgaben So ne Scheiße Alter, ich hab schon wieder Ich hab schon wieder 51.000 Coins, Alter Geile Scheiße Was denn los hier, Holger? Ja, baston Ja, das ist sehr ruhig, Junge Das war eine Friedhofsstimmung Wie, hab ich doch gezahlt? Meinen Joker Ich muss sofort lachen Ich muss sofort lachen Der Karten Hürzen Sie sich auf Klo und scheißen Sie goldene Machettenknöppe